Ich bin Tommi und besuche drei Orte aus dem Film «Zurück in die Zukunft». Teil 12 – Der Bahnübergang Wir gehen ja chronologisch vor und sind mittlerweile ziemlich am Ende von Teil 3 von «Zurück in die Zukunft» angekommen. Es fehlt nur noch eine Schlüsselszehne des Films, und zwar hier vorne. Hier steht doch vor einem Bahnübergang, aber nicht irgendein, sondern genau dieser Bahnübergang, wo der Lorien drüber gefahren ist. Wegen der «Future 3», wo er nachher eine blöde Begegnung hatte mit einem Zug. Das ist genau hier. Von hier ist er zu fahren gekommen. Nachher hier über die Strasse. Und von hier ist dann der böse, böse Güterzug gekommen, der dem Lorien ein Ende gesetzt hat. Ich mache vor Ort eine Schweigenminute und ein Foto zur Erinnerung. Hier fahre ich nochmal in die Einrichtung drüber und zurück zum Hotel. Der Bahnübergang liegt an der South Ventura Road, etwa 267 in Port Vainimi. Achtung! Geht nicht das Gleis auf- und ablaufen. Das ist verboten und kann hohe Busse zur Folge haben. Besucht meine Fanseite unter mrfusion.ch oder abonniert meinen Kanal. Das war das letzte Video meiner Reise zu den drei Orten von «Zurück in die Zukunft». Danke fürs Zuschauen! Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über «Daumen hoch». Danke!